So meine Freunde, wir haben 81er Spielerwahl wieder mal abgeschlossen. 10 Stück habe ich für euch vorbereitet. Let's go! Irgendwas muss ja dabei sein, oder? Guck mal, Kuntee haben wir schon, lohnt sich ja schon mal. Die lohnt sich so oder so, Leute. Macht die 81er Dinger, schmeißt die alten Dreckskarten aus euren Verein raus und holt euch immer bessere Karten. Total easy. Dauert wahrscheinlich bloß 5 Minuten, kann jeder machen. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr so, ja, man wird richtig geil und nice drin. Nehmen wir mal einen aus der Mitte. Haben wir auch schon gehabt. Jawoll, Junge, Kribbel, Alter. Gut Hero-Spieler, geil. Ich sage, Leute, macht die Dinger, macht die Dinger, lohnt sich einfach. Kann ich noch gar nicht so richtig mit einbauen, den Trimmel, aber ist egal, ist egal. Könnt ihr denn selbst für irgendeine andere SPC nehmen? Dafür sind sie auch geil. Und der letzte, let's go. Ja, wollen wir nochmal einen Joe Felix. Und ich habe jetzt hier eben gerade bloß 75er Spieler abgeben, meine Freunde. Einen seltenen Goldspieler müsst ihr dafür machen, ansonsten, ich glaube, 8 andere ganz normale Goldspieler. Und das kam dabei raus. Und 75er Spieler habe ich abgeben, Leute. Macht die SPC, die 81er, die ist total geil. Und das kam dabei raus.